In einem Spiel? In einem Spiel? In einem Spiel? Niklas ist Jason, doch der ist bis ganz oben. Du bist du Jason, Digga, Niklas ist Jason. Niklas? Ja, Niklas, weil der Name ist immer ganz oben. Guckt mal Steuerkreuz nach oben. Hey, Niki ist da! Niki ist da! Niki ist da! Niki ist da! Aber Niki, ich fick dich, wenn du zu mir kommst. Ich weiß nicht, aber wer von den ganzen Kreisen du bist. Hier sind drei Stück. Ah! Ey, ich bin nicht mehr bei dir. Hä? Wo kann man die Map sehen? Der Tür abschließt. Nee, das bist du nicht. Komm, bitte nicht zu mir. Bitte komm nicht zu mir. Ich hab einen getötet. Ich hab meinen Kopf in Plätze gesteckt. Nee, komm mal, mein Zimmer ist grad dunkel. Ich höre es dir. Oh, meiner konnte mich verloren. Ich dachte, ich dachte, ich sterbe. Gelb, ne? Da wüsste. Da wüsste. Ah! Ja, ich bin tot. Ey, das kann jetzt sein. Ich hab X gespanned. Ey, du bist wirklich tot. Ach, du Scheiße. Ohne, pass auf. Ich höre es dir. Hä? Nein, Digga, der ist hier nicht in der Nähe. Niemals. Ich bin ganz braunlos. Da vorne kommt wieder das her. Ich bin ganz braunlos. Ich hab zwei Leute getötet. Was ist das denn? Hä? Du bist wieder gespawnt. Ich hab so einen Perk aktiviert. Oh, der ist einfach dieser tief. Ah, du schon drei getötet? Ja, also. Wenn mit zählt, ja. Ah, Mann, dann guck du Miklas. Ich fick dich. Du hast dich die ganze Zeit beobachtet. Ich hab dich doch gesehen. Ja, klar. Ich bin aufm Auto drauf. Ey, die haben nix gelassen, Digga. Gar nichts, Digga. Wie soll man denn eine Pistole abbauen? Ich bin, die geh weg mit deiner Pistole. Geh weg. Digga, wie geht das, Junge? Digga, wie geht das, Junge? Aber du kannst dich mal einsteigen. Das ist kein Auto. Schüssel, ne? Habt die abgehängt? Die Autos, das Auto ist kaputt, die steigen nicht mehr ein. Ja! Let's go, let's go. Die Pisse, Alter, das habt ihr davon. Ja, das ist eins von drei Chancen, nicht zu finden. Ah! Ah! Mann, Digga, was? Spiel die hier, die Scheiße. Na, wir sind auf die Lasse. Äh, Bauer, ich krieg Angst vor dem Spiel. Ich hab den nächsten. Hura! Hol mich ab! Wallah hol mich ab! Äh! Fahr nicht weg! Wallah fahr nicht weg! Iphone im Maniak! Die sind abgehängt, glaube ich, oder? Also fahr weg. Hura fahr, warte! Wallah warte! Hura warte! Komm her! Ah, sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag nichts! Ey, der Taschenmesser! Ey, welche Seite, welche Seite? Sag schon, Jungs! Welche Seite, Polizei? Der Ruhr, der Ruhr, der Ruhr soll uns nicht ab. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hast du das Auto? Ja! Ja! Sauber, Junge! Mach, mach weiter so, mach weiter so! Oh, da sind die aber... Oh, mein Gott, Digga, schau! Oh, mein Gott, warum bist du denn hier? Ich hab gerade, wo die Polizei hinkommt, ich hab diese Seite gewählt. Digga! Das Ding ist, wie konntest du mich sehen? Ich hab mich geduckt. Hast du mich davor schon gesehen? Nee, ich hab gesehen. Du hast rot geleuchtet. Aljo! Ich hab mich sogar geduckt extra und das hat nicht mehr irgendwas gebracht. Was ist denn scheiße, Digga? Ach du scheiße, Digga. Was passiert nach vier, zwei Minuten? Polizei kommt. Du bist auch aufgefressen, Digga. Juhu, das ist so lieb, ich bin auf der Weg, so... Der hat wieder kurz geschehen! Das will ich, das will ich nicht! Komm her! Mach Polizei, mach Polizei, bitte! Ja! Ja! Polizei, Polizei! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Du bist der Einzige, ne? Ich glaub, du nimmst einfach den Fall... Boah, wie langsam ich bin! Wie, was ist denn? Das ist nicht... Da kommt nicht die Polizei! Ja! Nein, wirklich jetzt! Ehrlich jetzt! Ja! Digga, was ist denn scheiße? Scheiße! Oh man! Krass, aber... Ich hab dann den Schwerstegg in den Arsch... Den Schwerstegg in den Arsch... Ich hab dich jetzt einmal getötet! Ja, bist du jetzt glücklich? Ja! Ziege... Mami's put out of you.